Das sind wir wieder zurück, wir wollen jetzt noch eine Rune herstellen und zwar diese Autum. Ich brauche eine Schere. Ich brauche sechs Leaves insgesamt. Ok, das war eins mehr. Auch nicht so wild. Sechs Leaves. Beide Ei. Und dann waren wieder Runen. Und zwar Feuer und Luft. Das und das. Eins, eins, zwei, drei. Die und die. Oh, die wird beballert hier. Und da noch das Holz hin. Ja. Komm, mach voll. Genau. Äh, hallo. Bitte einmal annehmen. So, dann können wir gleich Vorbereitungen für die nächste treffen. Und zwar für den Winter. Zwei Kuchen. Hammer 69 Stück. Schneeblöcke. Äh, nur vier Stück, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, zweimal Wollblöcke. Und dazu Erde und Wasser. Wasser und Erde. So. Das braucht hier ganz schön lange bei der Rune. Irgendwie. Dann geht es damit weiter. Die Rune auf Mana. Zwei, vier, fünf und eins. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Also insgesamt zehn Stück im Grunde. Ich bin mal gespannt, wie der Melvin seine... Ach, das sieht man hier gar nicht. Wenn der Melvin das nächste Mal kommt, wie er seine Peniskonstrukte findet. Oben auf der Map sieht man das, ja. So, und die nächsten Runen. Und es geht direkt weiter. Ähm. Wann ist jetzt diese hier? Ja. Die Winter Rune. Und danach kommt die Mana Rune dran. Da können wir schon mal wieder ein paar... ...coole Blöcke ins Inventar holen. Nur alleine um Mana herzustellen. Ach hier, so eine Feuerblume muss ich ja auch noch machen. Stimmt, da war ja was. Da war ja was. 1, 2, 3, 4, 5. Die da rein, die da rein, die da hin, die da hin. Erst kommt Antun und dann kommt Winter. Genau, so. So. So, das da rein, das da rein. Ähm. Ähm. Genau, so eine Feuerblume. Müssen wir noch herstellen, denn hier ist keiner mehr drin. Dann. Die Sterbele dann später auch noch her. Ist ja alles kein Problem. Geht erst 6 Minuten. So. Der Ring kommt erstmal da rein. So, nach der Mana Rune kommt Rune of Lust. Rune of Air, Rune of Summer. Jetzt ist die Frage. Behalte ich die Runen auch? Das ist jetzt eine ganz gute Frage. Hm, ich weiß es nicht. Äh, hier, Kuh. Die Rune der Lust brauchen nämlich 2 Stück davon. Das, das und das. Wünscht mir Glück, dass ich dann die Runen des Sommers behalte. Sonst muss ich die nochmal neu herstellen. Ja. So. Ähm. Genau. Ich hoffe, die bleiben vorhanden. In der Zwischenzeit. Wie heißt die? Endo Flame. Endo Flame. Ähm. Braun, Rot, Grau. Wasser ist noch drin. Wir brauchen noch ein Seed. Du. Da. Einmal das. Einmal das. Einmal das. Und einmal das. Da haben wir schon die Pflanze. Ähm. Dann wieder hier einmal zu Botanien. Die braucht lange. Oh Gott, man hört sicherlich, ich bin etwas erkältet. Und das zu solchen warmen Temperaturen draußen. Das ist nicht besonders schön. Vor allem nicht in meinem Alter. So, die ist gleich fertig. Ich hoffe, die Rune of Summer bleibt bestehen. Keine Lust, die nochmal neu herzustellen. Ja, die bleibt. Ähm. Sommer und. Hä? Sommer und R. Nein, die Rune ist verschwunden. Ach ne, die ist ja drinnen. Äh. Welche kommt denn dann dazu? R und Summer. Die Sommerrunde ist verschwunden. Nein. Nein. Ach man. Naja. Stellen wir uns die nochmal neu her. Das sind ja die Billigruhen, die gehen eigentlich easy peasy. Äh. Stopp mal. Die Sommerruhne. Die Sommerruhne ist da drinnen. Bin ich bescheuert? Dann ist sie doch geblieben. Oh Gottchen. Ich bin. Ja. Was soll man dazu sagen? Ich bin bescheuert. Ähm. Der Ring of Growth. Der kann erstmal wieder hier unten rein, denn der bringt hier nur alles zum Wachsen, was nicht wachsen soll. So. Das. Dann brauche ich einmal wieder meine standardmäßige Home, um das Feld zu beackeln. So. Ähm. Du 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 du. Das ist gleich voll. Was willst du von mir? So. Kommt einmal noch. So. Äh. Das. Das. Und Sommer. Genau. Wir haben jetzt die hergestellt. Die Glutoni. Wieder zwei solche. Oh Gott. Die wird teuer. Wir holen uns gleich mit Stack ins Inventar. Äh. Glutoni. Dann Winter und Feuer. Winter ist da. Uh. Warum habe ich drei Stück davon? Na gut. Ich beschwere mich nicht. Ähm. Eins. Zwei. Drei. Vier. Oh. 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 Compressed. Ne. 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 Und tschüss. Komm. Ja komm. Du kleine Scheißerle. Ja komm. Komm. Hmmm. So. Jetzt haben wir erstmal abgewehrt. Apropos. Gestern hat der eine ja. Äh. Hier. Weil wir die Probleme hatten und ich den Server neu starten musste. Ähm. 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 Ach ne. Das war hier äh. Rule. Du. Das war nämlich standardgemäß aus. hoffenn. Was. Tod. immer ausgeschalten, eben damit, wenn hier was ändern, keine Brücke klauen oder bei Creeper nix in die Luft gejagt wird und durch diesen Time-Out-Lag hat das ja alles wieder zurückgesetzt, das ist natürlich auch nicht schön. So, nach der Rune auf Gluti kommt die Rune, ja, die werde ich dann aber Ostkühne herstellen, die Rune, denn wir haben jetzt genug Rune hergestellt in der Folge, ich werde jetzt Ostkühne die nächsten Rune herstellen und dann werden wir in der kommenden Folge das Portal öffnen. So, 1, 2, dann Winter und das. Ja, das heißt, in der nächsten Folge wird das Portal geöffnet. Wir sehen uns dann zur nächsten Folge. Ja, das ist ein bisschen. Und... ... ... ... ... ...